Dieses zu veräußernde gut gepflegte Siebenzimmer-Einfamilienhaus steht im Kreis Schaumburg. 1985 wurde dieses Haus erbaut. Das Objekt verfügt über einen Garagenparkplatz. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Auf einer Grundstücksfläche von ca. 786 Quadratmetern bietet das Gebäude eine Wohnfläche von ca. 171 Quadratmetern. Das Haus steht für 169.500 Euro zum Verkauf. Wir freuen uns, Sie näher zu informieren. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.